Hey, ich hab ne geile Idee. Erzähl mal. Was denn? Ein Ditor-Fantaschen? Hä, ja und wo? Was denkt ihr, wo könnte man das jetzt machen? Auf der Jugendmesse vielleicht? Ja. Die ist ja bald. Ja, von 7.20 bis 9.20 geht die. Am Samstag können wir das noch machen, am 28. Am 28? Ja, das ist super. Und wie lange? Keine Ahnung, ob welche Uhrzeit, wo man denn so beginnt? Also ich glaub, die fängt um 14 Uhr an und endet so gegen... 18 Uhr. 18 Uhr wär okay, denk ich mal, wa? Ja, ich probier mal noch eine Räumlichkeit klar zu machen. Ich glaub, 6 Uhr? Ja, klar, machen wir so. Okay, ich geb 5. Yeah! Alles klar? Ähm... Ey, der lauscht! Ey, der lauscht! Bleib mal hier! Komm mal jetzt hier ran, du! So, bleib mal hier! Ja, gar nicht, nein. Ey, Jungs, ich hab Klebeband! Ah, Klebeband! Sehr gut! Ja, aber du wirst nicht! Leute, am 28. Nein, nein, nicht! Ruhe! Ruhe! Sei ruhig! Sei ruhig! Sei ruhig! Ey, da auch ruhig! Na? Ruhe! Scheiße! Also, kommt alle vorbei! Komm, ich hab mal hier! Komm, ich hab mal hier! Komm, ich hab hier! Komm, ich hab hier! Komm, ich hab hier! Lass ihn! Bälle! Bälle! Jungs! Ey, Jungs! Schau, Klebeband! Wenn wir dich fesseln lassen! Schön getan! Hallo! Was? Sag Hallo, YouTube! Was? Hallo YouTube! Hallo YouTube! Und jetzt? Telele! Telele! Oh, tut es gut, euch alle zu berühren! Oh, die riecht auch alle so gut! Hey! Zum Kniebippen! Wund, 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 ganz schnell! Schnell, schnell! Wund, 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 wund! Wund, wund, wund! Wund, wund, wund! Wund, wund! Wund, wund! Oh, thank you! Thank you so much! Thank you! You are my hero! Come! Yeah, I'm a hero! Yeah, I love you so much, brothers! Thank you so much! Yeah! His hero!